ja halli hallo und hallöchen herzlich willkommen zum ranch simulatum mit dem torsten und einer ganz neuen person bei uns hallo 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 max das könnte unser und sein wie wir ja schon mehrfach angekündigt haben spielen wir mal mit ihm das spiel und schauen mal du magst du magst haben wir jetzt neue das heißt wir können uns jetzt auf die schaustühle setzen wir haben einen arbeiter ist das richtig ich bezweifle ich glaube nicht dass das schafft auf unserer kleinen ranch mittlerweile 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 mit kühe mit schweine mit hühner irgendwo haben auch glaube ich auch pferdekoppel haben wir eigentlich pferde eigentlich müssten ja zwei stück haben ja aber ich glaube ich glaube aber die sind glaube ich in der hintere da ist die pferde da steht nämlich dieses koppel thema wo du rennen kannst genau wo sie die pferde da liegen die pferde moment wenn man nicht sehen würde da sind die pferde ja stimmt das war das kleine tutorium genau der liegt ja auf dem brett der liegt der guck fährt durchs brett ich hab glaubt da mal ein kleiner fehler entdeckt aber nur einer auch da steht unser lkw ich ja nie aber mal das pferd anrund das habe ich auch wusste das liegt hier vorne auch ganz komisch ich habe gedacht der kopf an die wand genagelt worden ja das ist halt noch noch ein bisschen besser aber ja würde ich auch bei der bei der menge wo man gesagt haben dass du dabei bist du kann man sich auch mal böse auch gucken das ist immer wie oft da kann man ja kommen ja kommen wir ja so streichel dich du pferdchen johann fahr mal weg oder was also darum kann mal weg fahren wir wollen die hütte und auslade genau mein kleines sammelsurier man alles ablade ich habe damals so kleine hundertschaft der nicht richtet muss ich dahin fahren wo du stehst andere seite da wo ich stehe da wo ich stehe ich habe mutter ausgemacht zur standardtätigkeit guckte mal die wunderbare sich dann echt so wo ich schon eigentlich die gator den suche ich gerade weil wir können doch halt holz sammeln ja ich habe ich habe ihn ich habe ihn ich habe ihn cool hierhin da wo ich stehe da drin also ich habe jungs irgendjemand hat unseren zahlung gerannt ja ich kann mir sagen wir zu ok und dann kommt man ja unser dritt neuling unser erstes aus ja aber richtig schön sauber aufsätze das ok ok das wir haben dann da muss ich glaube rein weil da liegt momentan gar nichts mehr so was machen wir baumann hat du kannst du kannst du kannst du den komischen zaun bauer du kannst der originale vorratsbehälter für fleisch vorratsbehälter für käse ich glaube den käse behält wenn man es wenn man endlich mal packe käse zu produzieren wäre ich glücklich aber das ist ja lass uns mal versuchen ob das nicht funktioniert dass wir die milch ein bisschen stehen lassen ja dann hole mal milch ich glaube du müsste holz da sein ich komme kann gerade keine milch hole weil ich im ron stahl aufsetzen ich komme ich muss immer warten bis er sein material her bringt das liegt doch die ganze zeit da wo denn ich muss jedes mal zwei sekunden warten bis du kommst du kommst du bist ein bisschen verschnapppause dein alter muss man da muss man die gesunde denken man nicht weiß was mir fehlt oder nicht ansichtssache so wo haben wir jetzt die milch da ist keine milch drin da ist keine milch drin produkt entnehmen produkte aber die eine ist gekocht ja schnell gekocht so wie das aussieht vielleicht kannst du aus der gekochten was machen kann ich milch kochen nein nein das ist ja genau ich habe was da alles noch da ist das sind dürfte da ich habe es genau größte super so installieren so ah ja ok eine wurde jetzt gekocht produkt entnehmen tür öffnen ist die mit ich kann es nicht ablegen so ich glaube ich so langsam ich glaube wir müssen jetzt da ein schrank zwei schränke bauen schmeißen wir bauen jetzt einen wurstschrank haben wir das nicht schon am anfang gebaut nein das haben wir jetzt das haben das war es war mit dem mit dem anderen spiel stand jetzt ist ja ich muss jetzt was wieder gucken was vor den hinter ist einem komischen schrank ich hoffe ich hoffe ich richtig rum die netze aus warte mal kurz wir probieren es einfach dann sehen wir es ja gleich der ist verkehrt rum dann reißen ich weiß wir da ja aber da ist definitiv verkehrt rum ich würde jetzt muss aufpassen wie was ich abreißen hätte ich schon nicht schon wieder das haus abgerissen von hause abgerissen das haus abgerissen mit einem schlag ob bist du bist gut bist du bist gut gebraucht check port hauptsächlich wenn dann alles was du jemals errichtet hast in der luft schwebt ja dann hoffen wir jetzt dass das richtig ist ich das schöne zeige mal hier richtig hin und auf der gegenüberliegende seite müsste holz liegen ja leider kann man das nicht abreißen obwohl wir einen anderen schlafplatz haben schöne berge schöne berge hauptsächlich in der auf in dem dings in der grafik auflösung ist relativ cool beziehungsweise in der grafik einstellungen kannst du halt die berge schön hervor ich brauche noch ein kapps haben alles zurück so ich brauche noch achten metall kommt hier dringst du im schlag drin ist da ist eingebaut aber nicht mehr und da haben wir dann noch mal einer ja 18 metall 16 holz brauche ich noch mal noch mal ja die steuerung ist sehr sehr gewöhnungsbedürftig wie du vielleicht in mancher folge gesehen hast ich habe gedacht das liegt an deinem fahrstil aber ok ein was für ein teil fahrstil was ist denn das wo bist denn du wo muss ich denn hin du musst auf die andere seite von der hüte wo du warst ganz am anfang oder da wo ich stand mit dem holz ja ja auf die andere seite also von rechts ja 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 da müsste jetzt dann irgendwo holz liegen siehst du dass ich ja so ich krieg die milch krieg ich die milch in den eimer ich hoffe du kriegst immer ich in den eimer warum haben wir das nicht vermisst aber was an mal was anderes wir brauchen ist da war doch noch was also mal war das jetzt weil das ist dass wir kein wasser mehr haben ein theoretisch jetzt auch hier um zu zappeln das problem ist dann haben wir ja glaube ich getauscht kann trotzdem geht es denn haben wir noch nicht getauscht ok kann das sein dass es eine milch pumpe gibt weil irgendwie kriege ich die milch da nicht mehr raus ich nehme jetzt ich gehe jetzt mit dem eimer milch holen in dem das ein abstellen schon ein bisschen zurück gehen bleiben gelbe sie ist glaube ich nicht ich probiere jetzt die pulle zu melde nein da habe ich doch eine milchkuh da bleiben melken beginnen so d a d a h wenn ich verdrückst kriegt schon tritt und das war es dann überlebt ja also bitte aber so ein bisschen pulle ja genau so machen und zeigen wie unsere gewehre funktionieren nein da er ist ja wenn sie bis kindes werden und wir werden ja was denn das wasser wie soll mir aber kein brunnen jetzt bin ich mal gespannt ob ich die milch glaubst du es im eimer kann sie hinzufügen ja so und jetzt installieren jetzt kocht ich setze den grundmann sicherheitshalter direkt neben uns aus ok jetzt kocht die milch auch gleich ich witz ganz fleißig schwitzig sollen wir mal unseren ron zum händler schicken was will schon beim ron beim händler kommen die sie dann kann man das guten zement aber noch eins sagt sehr schnell deswegen fragte ich ein versuchlicher wird herr von und zu von steben da wo ich erst das holz wegfahren wo muss das holz hin in die hütte wo du ganz am anfang das holz ausgeladen hast in bretter form wo weiß diese hütte wieder also jedes wasser nicht hat das glaube ich war das häuschen hier oder genau da rückplatz falsch so und was machst du jetzt mit der reform ich weiß gar nicht was ich mache muss mit der reform ron du bist ja ich glaube ich verarschen warum das ding ist noch nicht mal annähernd da war nicht mal noch mal rüber ja brauchst du hilfe schreien ron nicht du sprichst mit holz profi wo ist es also so 30 bis 60 dinger müssen da drauf passend locker ja wenn er jetzt erstmal den der uns baum schlagen muss ja da sowas ja auch so dann melden beginnen die als keine milch ok keine milch ich wieder ne es ich habe die schon gemolken aber irgendwie warum haben wir mehr bulle wie kühe kann man das eine erkläre ich bestimmt nicht sicher nein ganz ganz sicher also ganz ganz sicher bin auch ganz ganz sicher du wolltest die wollen haben du wolltest ihnen als euter lang du warst es ich weiß es ich habe es auch mal wieder verabschiedung machen ach ist schon soweit ja was soll ich denn sagen die erste folge wo ich dabei bei chaos herrscht und jetzt wenn ihr davon ist ihr wollt müsst ihr natürlich wieder einschalten ihr wisst ja kanal 2 kanal 1 ihr seid überall verlinkt wer es noch nicht hat abonnieren täubchen da lasse glocke aktivieren und natürlich die kommentare weil man denn damit unterstützt ihr uns und supportet ist die ganze müde ganz fleiß ist alles umsonst das kostet keinen preis in diesem sinne sind wir jetzt raus und sagen dankeschön dafür dass wir uns so gut und wir freuen uns auf die nächste folge in diesem sinne tschüss